Saison 9! Rücken Sie uns die Daumen, dass wir heute richtig schönen Fußball sehen. Natürlich mit dem besseren Händler. Es ist auch schon ein Schuss und der geht an die Unterkante. Ja, Leute, das hätte doch das 1 zu 0 sein können. Zwei Minuten offiziell sind noch zu spielen im Kühnmann-Stadion. Immer noch 0 zu 0. Eine hart umkämpfte Partie. Jetzt aber Kiera los. Und da können Sie gleich. Kiera, der letzte Angriff noch einmal für dich. Schöner Pass. Leonie Greil, die gelernte Offensivspielerin. Kiera los! Tor! Da ist das Tor! Das Tor ist da! 1 zu 0 für Deleuze Cessant in der 89. Spielminute! Kiera los! Die Torschützen und das sind sie alle! Noch 20 Sekunden offiziell. Ich bin mal gespannt, wie lange sie nachspielen lässt. Die Unparteiische, die wirklich sehr gut. Und was zeigt sie an? Ist das der Ausgleichstreffer? Die Schiedsrichterin sei zum Anschlusskreis. Das war der Ausgleich für Diasburg. Da, das... Jetzt bleibt mir das Wort stecken. Das ist der Ausgleich zum 1 zu 1. Ich glaub's ja gar nicht. Sie pfeift ab. 1 zu 1, Endstand. Und bitte für die nächste Sand. 2 zu 1, Endstand. 2.